Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Rainbow Six Siege. Mit dabei ist Jendrik. Guten Abend, Jendrik. Hi. Hi. Und wir haben beide uns den Season Pass gegönnt mit der neuen Operation, die rausgekommen ist. Und wir spielen direkt mal die geile Mira-Schnitte. Und, äh... Ja, also die Mira kann in Green Forced Event oder halt auch nicht Green Forced Event so Fenster reinsetzen, wodurch man schauen kann, allerdings nur von einer Seite aus. Man kann allerdings nur nicht durchschießen, nur wenn man, äh, die Scheibe zerspricht, indem man das Gas zerstört, was die Scheibe zusammenhält. Und der Jakal, der Angreif-Operator, kann, äh, Fußspuren, äh, sehen auf der Map und, äh, dadurch halt Gegner identifizieren und halt herausfinden, wo sie kämpfen. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Auf geht's. Neue Kameraübertragung läuft. Wir hatten gerade null Zuschauer. Ripp. Hehehe. Alles klar. Da seht ihr das? Das ist jetzt das wunderschöne Fenster. Kann da noch jemand? Nur noch 10 Sekunden. Ja, das schreibt mir bei WhatsApp, dass ich echt leise wäre. Ich weiß nicht, also ich hab mein Mikro schon, aber ich hab's nochmal auf Minus 10 Dezibel, das ist auch Minus 6 Dezibel. Dezibel, ey. Ich hab's schon lauter gemacht, aber ich... Also im Test bist du eigentlich so lauf wie immer. Ja, ich hab's auch nix bestellt. So. Also wir können hier jetzt durchschauen, die Gegner allerdings nicht. Was ganz praktisch ist. Man kann die auch auf der Unterne Ebene anbringen, was jetzt nicht unbedingt etwas bringt, meiner Meinung nach. Obwohl man so schön wäten kann, dass jemand die Geisel tötet. Hehehe. Rein theoretisch. Störsinn wird aktiviert. So, die Waffe vom Jackal ist übrigens ultra krass stark. Wir haben hier als Zweitwaffe jetzt eine kleine Schrotze. Mit welchem Visier hast du die ausgerüstet? Genek. Welche denn? Also die neuen Operator. Hast du das Polo Visier genommen? Das ist mal, du Gold. Was ist raus? Also man kann nicht durch die Panzer schreien. Nee, ich bin tot. Ja, alles klar. Ja, von der anderen Seite. Ich helfe dir. Wahrscheinlich schläfst du uns auch. Ja, geil. Nice. Und vor allem, es hat bei mir nicht mal gereicht. Ich bin aufgefahren, statt ich bin umgefallen. Das Beste war, ich hätte dich sogar gedingst. Er hat mich gewonnen, schottet. Nein, nicht mal mit dem Kopfschuss. Hätte dich halt hochgeholfen, wenn das incident funktioniert hätte. Aber, weil du musst halt vier mal 11 drücken, bis er die in den Fall unter ist. Hm. Vielleicht kannst du nochmal gucken, ob du... Ich habe das aber nicht leiser gemacht, oder so. Ich verstehe das nicht. Ja, play safe. Ja. Ja. Mann. Wie machst du dir alles? Links. Und der ist down von links. Okay, das war auch dumm, dass ich dich jetzt auch aufzähle. Ja, warst du deine Schuld. Safe call. So, jetzt können wir angreifen und wir nehmen hier den Karin Jakar hier. Ja, merken wir nämlich nicht, dass ich neue Sachen im Live-Film steige. Nee, klar. Wie immer. Hm, mich nicht mehr schön, aber Flugzeug, ne? Du kannst tatsächlich, wenn du den Jakar benutzt und dieses Visier drauf hast, also dass du halt die Fußspuren siehst, auch gejampt werden, weil du siehst gar nichts mehr. Fußspuren? Also wenn du im Jemmer reinlust, dann ist es so, als wenn du die Drohne benutzen würdest. Ernsthaft? Hm. Schön, dass du... Wieso? Ja. 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 Einmal mit Profis. Ja. Ja. GG. Einfach nur GG. Ich klicke drauf, drauf, aber... Das ist ja auch im Menü einfach AFK. Ich war nicht AFK. Ich habe gerade... Ja, ich war kurz auf dem Desktop, um was umzustellen, wegen dem lauter, leiser Ding. Dann habe ich tatsächlich überlegt, die ganze Zeit, ob ich jetzt zur Arbeit ne... Äh, auch nicht damit, ob ich die Ash nehme oder die, ähm, hier die, die... Äh, der Twitch-Tante da. Äh, der Twitch-Tante da. Einsatz in 10 Sekunden. Hm. Fucking Puls. Puls. So, das ist das Ding, das kann man dauerhaft anhaben. Ich finde, das schluckt gar nicht so sehr, also... Tatsächlich. Also hier draußen ist es logischerweise noch niemand rumgelaufen. Ja, logischerweise. Hast du diese Schöne. Wie tief? Die Flash ist natürlich geil geflogen von mir. Auch so geplant. Auf jeden Fall. GG. Wow. Das ist jetzt schlecht hier. Was ist das denn? Die ist verletzt. Da war ein 2 wohl drin. Nice. Nice. Why are you rushing, man? Aber das ist halt... Der sagt einfach nur, why are you rushing, man? Ich hatte einen Kult zu machen, dass da 2 drin sind, ey. Nee. Hm. Dani wird es auch gar nicht wissen, dass der Dude dann daherkommen wird. Nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht auf jetzt oder so. Ach ja. Ja, die Kamera hat ihn auch nicht erfasst. Ja, geil. Okay. Ich glaube, ich werde den Realismus gesehen. Er muss doch auf jeden Fall schon nachladen. Ja. Ja. 17 Jungs. Sorry. Da hätte ich die Zeit noch so. Okay. Zeig mal was du drauf hast mit der. Gar nichts. Ist ja wohl klar, dass ich da nichts drauf habe, weil ich hier noch nie gespielt habe. Ist das Blut irgendwie anders? Wie meinst du? Ja, das liegt daran, weil du wahrscheinlich die Videos oder die, die sich nur von mir kennst und ich keine HD-Textung verwende. Jetzt habe ich mir selber Joghurt ins Gesicht gespielt während es... den Raum sichern. Mhm. Auf solche Sachen stehst du also. Krass. Die Tür ist gesichert, Mama. Das ist Blut anders. Muss ich mal gleich tatsächlich darauf achten, ob es mir jetzt da irgendwas auffällt oder ob das jetzt irgendwie besonders aussieht. Das weiß ich gar nicht. Nee, ich sag's dir, das ist wegen der HD-Textung, glaube ich. Tatsächlich. Also wer jetzt so meine... Also wer jetzt so meine... Wär jetzt so was ich sagen, oder? Was ist da nochmal? Mhm. Was macht das denn? Was macht das denn? Was macht das denn? Man, take this. Begegnadlichtkontakt zur Geisel. Klosterdorf. Wir sind durch Bremenaktung aktiv. Take the Shield, then close door. Watch out for bullets. Diese aufziegen uns mal eben. Räht ist aktiviert. Hallo. Was ist das denn, von draußen Ertaback ist denn? Ey, das ist nicht euer Ernst, Mann. Vor allem mein Mate läuft ja die ganze Zeit umher und ich bin einmal lauf ich da raus und ich bin instant down. Ich hab einen verletzt. Was? Achso, du hast ihn gespielt. In der Küche. Ja, ich trau mich grad nicht ganz hier raus. Einer ist in der Kitchen gehurtet. Ja, ich hab mich verdattelt. Ich wollte eigentlich den Gerl schreiben, aber ist ja auch egal. Meine Mate ist wahrscheinlich ähnlich aus. Wahrscheinlich, weil du gestorben bist. Ich bin da nicht gestorben. Ich bin rausgelaufen aus deinem Raum und bin direkt gestorben. Du liegst im Raum noch? Ja, soja. Ich bin rausgelaufen. Achso, ist das. Ist egal ist wer. Die will ich. Ok, der, der injured war, ist tot Was? Also, bevor ich mich gerade fürchte, vor allem Flup, 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 Flup Ja, ich glaube, die haben keinen Das ist ja auch Hostage Ja, das ist ja auch Hostage Wenn das was zu sagen hätte bei denen Wer hat hier gerade was platziert, irgendwann hat was platziert Was sind denn das für ganze Rauchdinger hier? Komm, ich muss mal jetzt rankelen So ist das So ist das Das Blut sieht aber echt Ja gut, das stimmt, das Blut sieht echt irgendwie anders aus Sieht so aus wie Farbe hin gespritzt, ey Ich lege dir irgendwas aus Au Das ist so ein Lamm, ne? Ich lege direkt drauf, das geht nicht Was ein Pisser Ja, so ist das Willst du diesmal hinaus oder möchtest du wieder auf K5 Minuten hochstehen? Na, nehmt ihr den Sniper, ja Mal ab, lass mal mehr, wenn nichts kannst du Ja, kill's mit Dann bin ich zweiter, ja Ich hab zwar nichts gemacht In den drei Runden? Ach, ich bin zweiter Der Unterschied zu uns Ich hab einen gefunden Na schön Wo denn? Hinten im Flugzeug Da, wo wir die erste Runde, glaube ich, waren Wo ich Das ist unten Wo du mich beim Beleben, beim Beleben wieder Also unten Ja Aber ich bin halt hinten reingefallen und da war halt der Ja, das ist unten, hier liegt die Rüstung Ja, Wind, Storytime Ja, ne, du siehst traurig aus, deine Döner auch schon gerade aus Und das lässt sich mehr Ja, ist, äh Geisel in Sicht Nech, komm Ah, ja Warum haben die das umgestellt? Ubisoft, was, was soll das? Was passiert, Janek Warum, ich, ich habe Oh, nee Ich habe Spotten Immer auf dem vierter Maushalse gehabt Bis es ist auf Y Ja, safe Ja, safe Ja, safe Ja, safe Ich bin Bedeutung 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 Gesundheit, Merwin Habe ich gerade im Chat gelesen Woll ich auch noch was gesagt haben Weil ich so ein netter Doop bin Bedeutung Bedeutung Auf keinen Fall überhört habe Ja Dankeschön Aktiviere Drohne Go open hatch, man Bedeutung 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 Nice Okay, da bist du Okay, da bist du Toll Oh fuck Einen habe ich stark angehettet Einen habe ich stark angehettet Was ist Wie moved der denn einfach nur Ich habe die Bewegung halt nur wahrgenommen, die dahinter war und habe Hast du gesehen, ich schieße in die Bursche Weil er hält sich die Schulter und fällt sich im Wonshot What the fuck Bien Ah scheiße, was wurde die Fresse Ah nimmt der direkt nochmal Mira Wirst du nicht auch, Mira sieht richtig sexy aus Ja ne Ist doch eine Frau für uns beide Sieht so komisch aus Sieht so aus wie so eine Ich weiß nicht Sieht so aus wie einer aus so einem Aus irgendwelchen Filmen Die so einen Zukunfts Einen zukünftigen Ballsport spielt Der so So futuristisch ist Wo die so ein Oder wie bei Wie von Tron oder so Keine Ahnung Die hat so einen komischen Helm auf Ja Ich weiß nicht Sieht echt strange aus Ist doch eine Frau für uns beide Ich glaube ja nicht, Mirven Ich glaube ja nicht Nein, 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 nein Nein, nein, nein Was möchte er, Alter? Ich schaue dir nicht Mach auf jeden Fall die Wände zu, Mirven Das ist nicht mein Karstler-Jusers Fast sicher Ja, jetzt wird der durch, wenn man das macht Was? Nein, 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 nein Kann das da einer mal zumachen? Ja, da darf ich nicht zumachen. Boah, geh mal im Sack, du Pisser, Mann. Warte, 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 warte. Er rennt halt einfach durch. Wow, er macht einfach da in so ein riesen Loch rein, gg. Ja. Kannst du das eine Ding aber nicht mal verstärken, oder? Nein, kann ich da nicht. Nein, 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 hier, hier. Das steht ja hinten halt mal. Hast du ihn nicht gehört? Wenn er jetzt mal weggehen würde, dann könnte ich hier auch mal die Frostfalle hinlegen. Ich hab's vergessen, ey. Ah ja. Danke. 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 Ich hab' noch mal so ein Ding in die Wand rein, weil ich sonst nichts weggehen kann. Das wird auf einmal so richtig hell, ey. Vor allem wenn das Ding das draußen oder so geht. Ist aber eigentlich voll geil. Aber guck mal, der hier ist eigentlich voll ganz passiert. Aber du kannst in beides reingucken. Hörst du dann? Stellst du dich ernsthaft in die Ecke wo ich stehe?! Hörst du eigentlich nicht? Der kann mich wegfallen Octa sagen. Was, der hat echt einen Ruckstoß? Die anderen haben keinen Ruckstoß. Die anderen haben keinen Ruckstoß. Von der muss er kamen. Könnt ihr die theoretisch sagen, wann du das Ding aufsprengen sollst, dann kann ich instant durchschießen. Da ist der Schildtyp. Ja, aber dann muss ich halt kurz die Waffe droppen. Ich könnte ihn halt jetzt dann killen. Deswegen. Ja, wenn aber noch so viel am Leben sind, würde ich... Ja, ne, aber das... Wir hätten jetzt halt easy das Schild haben können. Das meinte ich. Weil wenn ich selber aufgeschossen hätte, hätte er sich instant halt zu mir gedreht. Und jetzt kommt da die Hibana. Hibana steht da. Was blöcke ich denn hier? Da hat jemand was drangeschmissen hier an die Wand. Ja. Das Schild ist hier links. Okay. Nice. Ich war doch... Ich war gerade in den Einstellungen drin, ey. Jetzt... Ich... 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 Jetzt... ... Ich... 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 ein... お... toler.. 시... ist ja keiner rumgelaufen. Verdammter Mist. dass ich den cup kann die sie weg damals angefangen mit dem spiel alle am fenster gehen ja das ist echt so ja aber der typ war jetzt auch ein easy snack das muss man einfach mal so sagen wir haben capturen wieder nur eine ecke Entschuldigung, ich muss jetzt mal mit der Drohne hier abfahren und saven. Dass die Caviera kommt und mich wettquistet. Wird die so oder so machen. Caviera Cockpit ist gut. Caviera ist Cockpit, okay, gut. Er sagt fünfmal Caviera ist Cockpit, also Caviera ist wer. Ich habe einen Cockpit, okay. Jackel, die brauchen dich. Du sollst irgendwas mit der Kamera machen oder ausschalten oder... Ja ist mir egal, ich bin am anderen Ende des Flugzeuges. Wow. Ich sag mal... Caviera down. Ja... In dem Raum drin ist einer. In diesem Raum da, wo ich hinpinge. Was? Achso. Die fünf Schüsse mit der Sniper, die haben ihn halt nicht getötet. Okay. Nur noch ein Gegner übrig. Nice. Okay. Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Na gut. Nicht gut. Jaa, das ist das Spiel seit langem und man weiß, wie wow, ey. Holy shit. Da stehe ich da hinten irgendwo. Da kümm die Glatze. da rechts hat auch nie. Ich bin doch Witziger geworden, fuck ey Na gut, wir bedanken uns für's Zuschauen Haut rein, bis zum nächsten Mal Ciao